Offene Grenzen, millionenfache, unkontrollierte Einwanderung, dafür stand jahrelang die C. Doch vergangene Woche vollzog sich hier im Bundestag ein eigenartiges Schauspiel. Die Union legte einen Forderungskatalog vor, der nichts anderes bedeutete als eine 180-Grad-Wende ihrer Migrationspolitik. Dabei übernahmen sie fast alle Forderungen, die wir als AfD seit Langem vertreten. Ein Thema fehlte allerdings noch, das Thema Clans. Und siehe da, heute, eine Woche später, bringt die CDU einen Antrag zur Clanbekämpfung. Damit haben sie jetzt fast unser gesamtes Programm kopiert. Man könnte auch sagen, Raubkopiert, meine Damen und Herren. Hier nur ein paar Beispiele. Wir forderten ein Bundeslagebild-Clan bereits 2019, 2021, 2022, 2023. Viermal lädte die CDU ab. Gleiches gilt für die Abschiebung krimineller Clanmitglieder und die Rücknahme von Einbürgerungen. Haben Sie alles abgelehnt. Ebenso die Beweislastumkehr bei kriminellen Vermögen und vielen anderen Maßnahmen. Erst vorgestern im Ausschuss lehnen Sie alle unsere Forderungen erneut ab. Und heute setzen Sie unsere Punkte selber auf als CDU-Forderungen. Wie doppelzüngig, wie charakterlos, wie verschlagen. Ihr Kurswechsel basiert ja nicht auf Überzeugung, sondern auf den Umfragewerten der AfD, meine Damen und Herren. Auch etwas anderes wird gerade deutlich, wenn Sie jetzt unsere Position übernehmen, Punkte, wegen denen Sie die AfD vorher ausgegrenzt und verteufelt haben. Wenn Sie diese Punkte jetzt selbst übernehmen, bestätigen Sie doch, dass Sie nicht menschenfeindlich und rassistisch sind, sondern völlig vernünftige Forderungen, meine Damen und Herren. Damit sind aber alle Versuche der Diabolisierung Makulatur. Und damit entfallen auch alle Argumente für irgendeine Art von Brandmauer gegen uns. Dies bloß noch taktisches Manöver und ein dummes dazu. Denn es gibt hier eine konservative Mehrheit in Deutschland. Gerade auch in der Migrationspolitik. Alle Umfragen zeigen das. Die Linksgrünen sind in der Minderheit. Nur Ihre Brandmauer, Herr Merz, hält diese an der Macht. Diese Mauer zwingt die CDU, politische Mehrheiten nur mit Grünen und Linken zu suchen. So lässt sich die Union vom linksgrünen Mainstream fast wie ein Ochse am Nasenring durch die Manege ziehen. Die Brandmauer ist die Bestandsgarantie für linksgrüne Macht entgegen der wirklichen Mehrheit im Land. Und das ist die Schuld der CDU. Dabei steht Deutschland von der vielleicht schicksalhaftesten Weichenstellung seiner Geschichte. Es muss sich entscheiden zwischen zwei kolossal unterschiedlichen Richtungen. Auf der einen Seite stehen die Linksgrünen. Sie nennen das offen und modern, die Republik, die sie wollen. Ein immer bunteres und diverseres Land. Als Ziel der Politik soll Deutschland immer diverser werden. An Hautfarben, fremden Völkerschaften und Kulturen. Immer weniger deutsch, immer weniger weiß. Mittel der Wahl für diese angebliche Moderne sind offene Grenzen, no borders und massive Einwanderung. Die Linksgrünen wollen Deutschland als Nation im Grunde abschaffen. In einer Radikalität. Dagegen war der alte Marxismus ein laues Lüftchen. Und die CDU macht da bislang mit. In sechs Bundesländern regiert sie mit den Grünen. Da steht schon in den Koalitionsverträgen als Ziel mehr Diversität. Bunter soll es werden. Alles auf Forderung der CDU. Das ist die traurige Wahrheit. Auf der anderen Seite steht die Gegenbewegung, die Deutschland bewahren will. Als gut funktionierender Nation, über Jahrhunderte gewachsen, mit deutscher und europäischer Leitkultur, die innere Stabilität und Kraft garantiert. Und zudem eine wirtschaftliche Stärke, um die uns die ganze Welt beneidet hat. Ein Deutschland, das uns auch im täglichen Leben Heimat war. Das Geborgenheit vermittelt hat. Das kulturelle Wärme sichert. Das war früher auch der Weg der CDU. Heute ist das der Weg der AfD. Für den Erhalt unserer Heimat kämpfen wir gegen den linksgrünen Irrsinn mit allem, was wir haben, meine Damen und Herren. Dieser Entscheidungskampf tobt in allen westlichen Ländern. Im Grunde geht es um die Zukunft Europas. Die Zukunft der abendländischen Zivilisation. Denn der Angriff der linken Spinner läuft überall. Aber wo steht jetzt in dieser historischen Zuspitzung die CDU? Sie signalisiert ja nun im Bundestag, sie würde sich konservativ rückbesinnen. In der Migrationspolitik eine komplette Wendeeinleitung um 180 Grad verkündet das in allen Talkshows, allen Zeitungen. Wenn die Union es wirklich ernst meinen würde mit der Wende, mit wem könnte sie das überhaupt umsetzen? Dafür brauchen sie ja strategische Mehrheiten. Wo sind die denn? Bei den Linksgrünen definitiv nicht. Sie können das nur umsetzen. Mit der AfD. Mit den 10 Millionen Wählern, die uns derzeit unterstützen. Solange sie hier Brandmauern bauen, bleiben alle Ankündigungen hohle Phrasen. Herr Dr. Baumann, gestatten Sie eine Zwischenfrage der CDU-CSU? Und ansonsten würde ich Sie bitten, vielleicht zum Thema zu reden. Dabei müssen Sie von der Union doch sehen, dass es längst eine konservative Mehrheit gibt. Wie alle Umfragen zeigen, die Bürger wollen eine Wende. Vor allem in der Migration. Eine große Mehrheit will den Stopp des Zuzugs, den Schutz unserer Grenzen mit Abschiebung, Clanbekämpfung und allem, was dazugehört. Die Mehrheit will den Linksgrünen Wahnsinn nicht. Ein grundsätzlicher Wechsel in der Weichenstellung der deutschen Politik ist möglich. Diese Chance darf nicht verstreichen. Die Zeit drängt, meine Damen und Herren. Und was macht nun die Union? Die Union entweder, sie ermannt sich in dieser schicksalhaften Situation, gewinnt ihr konservatives Rückgrat zurück, widersteht dem Druck, dem Geschrei, dem Gezeter des linken Mainstreams und stellt sich auf die Seite der konservativen Mehrheit oder die Linksgründen vollenden ihr Werk. Die Linksgrünen unterschädigen unser Land, unsere Heimat, bis wir sie gar nicht mehr wiedererkennen. Dann wird einmal zu Recht über Friedrich Merz und die Union der uralte Satz gelten. Vom Leben gewogen und für zu leicht befunden. Das ist die Wahrheit. Wir jedenfalls kämpfen weiter, auch allein. Der Verzicht auf Kernenergie, Öl und Gas zeigt Wirkung. Deutschland hat heute den zweithöchsten Strompreis der Welt. 44 Prozent aller Haushalte empfinden sie als starke Belastung. 86 Prozent sind für weitere Entlastungen. Fast ein Drittel aller Industrieunternehmen schränkt die Produktion ein oder verlagert sie ins Ausland. 59 Prozent sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Sehr geehrte Bundesregierung, die Menschen können nicht mehr. Eine Mehrheit will Neuwahlen, eine Mehrheit will die Kernkraft und eine Mehrheit will die energiepolitische Kehrtwende. Das Scheitern Ihrer sogenannten Energiewende ist für mittlerweile alle ersichtlich. Jetzt kommen Sie mit Ihrer sogenannten Wärmewende und setzen noch einmal ein drauf. Bis 2045 soll nun die gesamte Wärmeversorgung Deutschlands klimaneutral werden. Damit werden Sie zwangsläufig scheitern. Letztes Jahr bezifferte die KfW die Kosten der Klimaneutralität auf unglaubliche 5 Billionen Euro. Heute, auch nach dem Heizungsgesetz, kommen noch einmal mindestens 2 bis 3 Billionen hinzu. Sehr geehrte Bundesregierung, Klimaneutralität ist nicht finanzierbar. Klimaextremismus funktioniert nicht. Aber das wissen Sie offensichtlich selbst. Denn Sie wälzen wieder einmal die Verantwortung dafür auf die Kommunen ab. Sie zwingen alle Städte und Gemeinden bis spätestens Juni 2028, einen Wärmeplan zu erstellen. Mit diesem planwirtschaftlichen Instrument sollen die Kommunen bis 2045 den Wärmemangel ausgleichen. Übrigens den Wärmemangel, den Sie mit dem Verbot von Öl- und Gasheizungen über das EEG selbst eingeführt haben. Die Versorgungslücke schließen soll übrigens Ihr Wundermittel Wasserstoff. Doch damit wiegen Sie die Menschen wieder einmal in trügerischer Sicherheit. Tatsächlich wird Wasserstoff zu steigenden Energiekosten führen. Denn Wasserstoff ist eine Energievernichtungsmaschine mit nur am Ende 25 Prozent Wirkungsgrad. Verheerend für ein Land mit Strommangel und ohne Kernkraft. Zum Ausgleich fordern Sie Wind- und Solarenergie. Mehr teuren Flatterstrom also. Die Energiekosten werden weiter steigen. Außerdem, Wasserstoff ist zehnmal explosiver als Erdgas. Das wird Sicherungsmaßnahmen erfordern. Und schlussendlich, Wasserstoff verursacht Schäden an Gasnetzen aus Schwarzmetall. Das wird Sanierungsmaßnahmen und natürlich auch Ihre neuen Netze erfordern. Die Energiekosten werden weiter steigen und weiter und weiter. Sehr geehrte Mitglieder der Regierungsfraktionen, diese ideologische Verbortheit und diese Vernichtung, diese, wie bitte? Diese ideologische Verbortheit und diese Verachtung für die Bedürfnisse der Bürger erinnern mich an die letzte Generation. Ich frage mich, wann in diesem Land die ersten Rathäuser mit Farbe besprüht werden, nur weil die Gemeinden nicht im Klimaplan soll liegen. Ich frage mich, wann ist es den Klimaextremisten eigentlich genug, wenn sich die Deutschen nicht mehr selbst mit Strom versorgen können oder in ihren Wohnungen frieren, wenn die Industrie ins Ausland abgewandert ist und das Sozialsystem kollabiert ist oder wenn Sie die Agenda 2030 umgesetzt haben und Deutschland völlig kaputt geplant ist. Mit diesem Gesetzentwurf zur kommunalen Wärmeplanung stärken Sie die Klimaextremisten, Sie spalten die Gesellschaft und Sie zerstören unser Vaterland. Gut für Deutschland wäre, und ich fordere Sie dazu auf, vollziehen Sie eine Kehrtwende in der Energiepolitik, schalten Sie die Kernkraftwerke wieder ein, reparieren Sie Nord Stream und sorgen Sie für eine wirklich bezahlbare und sichere Energieversorgung. Und bitte kleben Sie nicht länger an der Regulierungsbank fest. Dankeschön. Ich muss Ihnen eines gestehen. Ich habe Angst um mein Vermögen. Ich habe auch ein mulmiges Gefühl in der Magengrube, wenn ich mich mit den aktuellen Medien auseinandersetzen muss. Ich sage Ihnen gleich, warum. Der sogenannte Damokles-Effekt stellt eine Bedrohung dar, die vielen Menschen nicht bewusst ist. Dieser Effekt ist meiner Meinung nach noch bedrohlicher als aktuelle Themen des Weltgeschehens, Gesetzesveränderungen oder sogar drohende Enteignungen. Mein Name ist Markus Dahn und ich bin Unternehmer, habe Familie und wurde auf diese Bedrohung von Alexander Streb aufmerksam gemacht. Herr Streb war über 30 Jahre lang leitend in der Finanzbranche tätig. Er hat dabei beobachtet, dass die Bedeutung dieses Effektes oft nicht erkannt wird. Dadurch werden Fehler gemacht, die zur Existenzbedrohung führen können. Um Ihnen diese Bedrohung zu verdeutlichen und Lösungen aufzuzeigen, habe ich eine kurze Videopräsentation vorbereitet. Klicken Sie dazu einfach auf den Link unter diesem Video. Was Sie wissen müssen ist, dass es sich bei der Bedrohung nicht um aktuelle Weltgeschehnisse handelt, den kommenden digitalen Euro oder das geplante Vermögensregister. Es ist eine fundamentalere Problematik, die vielen Menschen nicht bewusst ist. Klicken Sie auf den Link. Ich zeige Ihnen nicht nur, was diese Bedrohung ist, warum und wie wir bedroht werden, sondern ich zeige Ihnen auch, wie Sie sich schützen können. Bis gleich, Ihr Markus Dahn. Klicken Sie jetzt.